Überdurchschnittlich passieren oft schlimme Dinge. Wir sehen dramatische Sachen, wir sehen auch Leid, aber das Verletzungsrisiko ist hoch, aber die Ausbildung ist da. Wer seine Ausbildung gut gemacht hat, ist auch auf sowas gewaffnet. Man nimmt an, dass Brandstifter selbst Mitglied in der Feuerwehr sind. Das ist ein Klischee. Gab es mal den Spruch, Feuerwehrmann ist ein jüter Brandstifter. Ich sage nein.